Ja, Mama, was hast du für einen schönen Ring, so einen großen Ring, schön, und deine Bananen, jetzt isst du sie bitte, sag schön, schöne Grüße an Maria, Dankeschön, und jetzt Bananen essen, mit einem neuen schönen Ring, wer hat dir diesen schönen Ring gegeben? Die Frau, die Frau, schön, so einen großen Ring, mit einem ganzen Fruchttraumstrauß, schmeckt deine Bananen, Mundi, zu dir, du hast die Gunst des Wohlbehagens, ja, die Gunst des Wohlbehagens, danke, hier bist Mutti, Du schaust aus wie 14, wie 14, ja,